Huch. Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 76. Ich bin irgendwie unsichtbar oder so. Ähm, wo sind wir denn gestorben? Oh, seht ihr? Kaum bin ich da. Jetzt ist die Frage... Wo bin ich denn gestorben? Meine Tüte will ich wieder haben. Ich verschwinde immer. Das ist gruselig. Lass das. Das ist ein Knochenspiel. Hier war das doch irgendwo. Oh. Wo bin ich gestorben? Keine Ahnung. Ja, hier. Aber irgendwie... Hm. Kriege ich meine Sachen nicht. Macht auch nichts. Oh, da ist noch ein Fleischhaufen. Krocken, krocken. 38er Baseballgranate. Kurzautomale Impro und ein Schädel. Sonst noch irgendwo ein Fliegenhaufen? Ja, leider kriege ich meine Sachen nicht. Das ist gruselig. Ja. Blumentopf. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Oh. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Laterne. Alterne. Gegenstände verwerten. Ganzen Schrott. Okay. Das ist kurz Automatik. Ach, das ist doch Müll. Müll. Gut. Herstellen können wir eh nichts. Wir können aber eben etwas kochen. Also ich werde hier nicht großartig bauen. Das ist jetzt nur mal so ein Test für mich. Einfach so. Brombeerensaft. Hm. Hat nur einen. Red. Einfach Asherow. Hat auch nur einen. Wir haben Level Up. Tato-Saft. Dann Nahrungsmittel. Kakerlaken. Sorry, Ritschi. Ich weiß gar nicht, woher ich den rettiert schabe. Karottensuppe. Klingenkornsuppe. Das Gute ist, ich... Ich weiß nicht, ob es so wie im Fallout 4 ist. Aber Klingenkorn... Äh... ...lösch... ...durst und Hunger. Kürbissuppe. Löschpilzsuppe. Lecker. Wir ernähren uns nur von Suppen. So, haben wir noch was? Heilung. Okay. Dann... Was habe ich jetzt gemacht? Futterhilfsmittel. Okay. Einmal... Tato-Saft. Dann... Was sind denn unsere Suppen? Kürbissuppe. Kürbissuppe. Da. Ja. Sehr schön. Es löscht beides. Gut, ich habe viel, äh... Zeug noch, was ich... ...gerne ablehnen möchte. Das lassen wir hier. Die lassen wir auch hier. Weil die können wir ja mitnehmen. Das lassen wir hier. Stufe 30 erst. Den setzen wir wieder auf. Ähm... Vom Fleisch nehme ich jetzt alles nur ein Teil mit. Da wir ja so viele Suppen haben. Das hier kann weg. Wein kann auch weg. Whisky auch. Wieso bist du geherzt eigentlich? Verstehe ich auch nicht. Äh... Home-Rod anwesend. Zugangs-Kachis. Pulver kommen wir hier rein. Verbrannte Bücher. Meine Kiste ist voll. Gut. Okay. Okay. Kiste ist voll. Gut. Aber... Ja. Oh, ich bin jetzt selber da reingedreht. Sag doch. Ähm... Wir machen folgendes. Äh... Verwerten. Ne. Ich muss hier x lagern. Okay. Lagern. Ja, ich bin selber reingetreten. Ja, ist klar. Ich lager jetzt alles. Den Ort kann niemand anderes haben. So. Aber ich werd noch Klingenkorn mitnehmen. Ich konnte ein Auto entfernen. Gut, die Sachen, die ich da reingebaut habe, das darf der Nächste halt behalten. Ich kämpfe jetzt nicht um ein Schrottding. Ich nehm hier Klingenkorn reichlich mit. Auf Klingenkornsuppe. Eigentlich ist das schön hier. Wir können ja... Hm, das wär ja zu überlegen. Unser... Häuschen hier irgendwo hin. Bauen in die Nähe. Das wär noch ne Idee. Unser Lager hier hin versetzen. Oder... Erstmal haben wir ein Level Up. Ich glaub... Ich glaub, ich geh in Stärke. Diesmal. Wen tragen. Ja... Das machen wir. Und Stärke haben wir aber schon drei. Intelligenz haben wir vier. Ausdauer und Charisma sind beide noch auf eins. Soll mal wieder auf Glück gehen. Gehen wir mal auf Glück. Ähm... Glück in Dosen. Cola... Con... Nesse. Luca-Cola-Produkte haben jetzt eine doppelt so positive Wirkung. Nett. Konzentriertes Feuern. Jeder Wortsangriff auf das gleiche Körperteil erhöht Schaden und Präzision. Meisterschütze. Deine Bisse haben bei Verwendung des Wieses. Sehe es. Zehn Prozent mehr Schaden. Deine Springgeschwindigkeit wird... Ach, das interessiert mich. Abriss interessiert mich auch nicht so. Dromedar. Rettungssanitäter. Von dir wieder überlebte Spiele erhalten 15 Sekunden lang ein. Gesundheitsregen... Brauch ich nicht. Kammerjäger. Dein Angriff ignoriert 15 Prozent der Rüsse von Insekten. Mhm. Gladiator. Grüner Daumen. Guerilla. Waffenläufer. Revolverheld. Im Besitz hab ich schon Maxi, also brauchen wir das nicht mehr. Waffenschmied. Waffenschmied. Ich würd gern... Etwas mit, äh... Kapaturschuss. Es besteht eine geringe Chance, dass ich deine Waffen selbst repariere, wenn du einen Gegner triffst. Das ist ja cool. Geheimnisvolles Fleisch. Und ich... Scheint sie dich mit einer Krankheit aus der Umgebung anzustecken, das ist um 30 Prozent verringert. 40 Prozent scheinst du vielleicht beim Durchsuchen. Ne. Deine Pistolen habe ich nicht so viel dabei. Strottgegenstecker wiegen 25 Prozent weniger. Ja, das ist mal eine Aussage. Die nehmen wir auch. Genau. Messi kommt da hin. So, Glück haben wir fünf Punkte, ne? Bleimangen. Trommel da, braver Hund. Leibwächter, Action Girl. Revolverheld. Ja, hab ich ja schon. Gut. 25 Prozent. Ne, das heißt jetzt mehr, oder? Schrottkirchen verbieten jetzt 15 Prozent weniger. Ja, das ist doch mal ein Wort. Sehr schön. In der Kiste dann auch, oder ist das nur, was ich bei mir trage? Guck ich jetzt noch mal. Ja, ich hab mir weh geteilt, ich weiß. Ne. Da nicht. Aber... Ich kann ja... Ich könnte ja... einen Bohrer. Wofür brauchen wir einen Bohrer? Impro-Pistole Stufe 30. Impro-Revolver. Brauchen wir nicht. Die Minigun. Hallo. Nein. Ein Schusskugel, ja, okay. Versuchen wir mal. Das hier. Verwerten wir alles. Ach, die fallen mal hoch. Stacheldraht, Baseballschläger. Verwerten wir auch. Brauchen wir nicht mehr. Rückstoßgedämpftes Repetiergewehr. Brauchen wir auch nicht. Äh... Kleidung. Ja, das ist alles beschädigt. Brülle mit schwarzem Gestell. Clownshut kann man behalten. Das verwerten wir alles. Gasmaske kann man mal behalten. Die Lederrüstung verwerten wir. Na komm. Was Turm gewandt. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ranger-Outfit auch nicht. Ranger-Hoot auch nicht. Ach ja, das auch nicht. Schmerzlocke sowieso nicht. Das war's schon. Brauchen wir eine Polizeimütze? Komm, wir mal aufsetzen. Mal ein bisschen was anderes. Ich bin nicht so Metallrüsten-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also weg damit. Der kann auch weg. Weg. So... So... Ich habe drei Stück von... Okay... Aufbereitetes Wasser... Nehmen wir mal... Fünf Stück mit... Diverses... Schrott. Kopfschläger-Keule. Kann ich die nicht auch... Ich nehme das mal raus. Blechkeile. Nehmen wir mal alle. Ich... Grassfall-Optik-Bündel. Goldschrott. Groß-Trink-Glas. Ein Honig-Glas. Hunden-Napf. Kaffeetassen. Kamera. Korkschrott. Kristall-Decanter. Ja, es geht ein bisschen langsam. Ich weiß auch nicht, wieso. Silberteller. Verschrott noch alles. Teddy, du auch. Jo. Wegmaster. Wodka-Flasche. Da habe ich Kleber. Wieso ist der hier drinne? Gut. Ach, was habe ich denn genommen? Das kann hier bleiben alles. So, gehen wir noch mal kurz nach oben und verschrotten alles und packen es wieder in die Kiste. Also, vielleicht, äh... Kann man da raus, dann... Ja, einverwertig. Wenn ich das, ich irgendwas an Waffen... Wenn ich das, ich irgendwas an Waffen... Das aufwärts. Ska-W�. Also, der kommt da auch weg. Der kommt da auch weg. Ähhhh, Schrott. Gut. Impro-Revolver Weg Minigun Weg 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 Gut. Dann lagern wir alles unten. X-Transfer. Sind trotzdem nicht viel leichter, oder? Ach, die. Ja, okay. Aber die Kiste hat wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, wir werden nochmal schön bauen. Richtig groß. Ach, ja. Ja. Haben wir noch etwas, was vielleicht hier kaputt geht? Wir haben jetzt genug. Sahne. Mach auch weg. Ja, leider sind wir aber immer noch. Kupfererz. Verbranntes Buch. Die wiegen nichts. Da wiegt auch nichts. Doch, da wiegt was. Moment. 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 Die könnte ich aber verkaufen. Die Rezepte. Also das, was... Wert hat... Kommen wir verkaufen. Gut. Ach, kochen brauchen wir nicht mehr. Okay, weiter geht's. Was gibt's denn da noch Schönes? Nein, ich sammle jetzt keinen Klingkorn mehr. Und ich nehme die Waffe. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Haben wir eine Krankheit? Nein, wir haben doch keine Krankheit. Wir hatten mal eine Chameleon. Aber nö. War da was? Ich hab da nicht richtig jetzt geguckt. Na, hier war nix. Außer die... Leichen. Gut, weiter geht's. Komisch. Macht mir Angst. Ich sollte auch nicht mehr so viel sammeln. Das macht mir auch Angst, wenn ich so in diesem Perspekt... Hey. Ist gut jetzt. Ich sollte nicht mehr so viel sammeln, habe ich gerade gesagt. Aber man kann ja nicht aufhören, mit sammeln. Ich verwerte das nochmal. Annehmen. Gut, weiter geht's. Okay. Nur Kleber werde ich noch sammeln. Versprochen. Nein. Ich habe die Finger gekreuzt. Natürlich kann ich nix versprechen. Wo sind wir denn hier? Was? Blutkäfer? Wo? 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 Kanascha Bezirksfriedhof. Ach hier. Wow. So viele. ich haue ich alle um ich sterbe aber gut dann kann ich ein paar genau wir holen unsere sachen da eben und dann bin ich den part das transfer alles nehmen jetzt hör mal auf Okay, wir luken die noch. Oh, ein H-Klammer. Sehr schön. H-Klammern freue ich mich sehr. Aber da waren noch welche Level 18? Wo sind denn die alle? Zwei Stück. Schade, die sind weg, oder wie? Haben die nicht Spezial-Loot manchmal? Okay. Kann ich jetzt ein Foto machen? Ach, da kommt wieder jemand. Kann ich dir helfen? Ja, die hat ja wieder ins Backrum gucken. Friedhof ist unheimlich, wenn so viele Tiere da sind. Ich hätte gern ein Foto gemacht, aber leider geht das nicht. Warum auch immer. Dann mache ich halt so und bedanke mich fürs Zusehen. Darum hoch. Kommentartipps und Tricks wie immer. Würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios.